William K. Stewart, Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der Prinz von Hawaii Die neuen Abenteuer Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Christoph Hackenberg Im Laufe des Jahres 1890 hatte ich nur wenig Kontakt zu Sherlock Holmes. Ich führte seit drei Jahren eine glückliche Ehe mit meiner geliebten Mary und in der verbliebenen Zeit beanspruchte meine florierende Arztpraxis den Großteil meiner Aufmerksamkeit. Über den einen oder anderen Fall meines alten Freundes las ich in der Zeitung, doch die Besuche in der Baker Street waren spärlicher geworden. Auch hatte ich den Eindruck, dass Holmes bewusst geworden war, dass er mich nicht mehr so leicht zu seinen Abenteuern hinzuziehen konnte. Ich muss gestehen, dass ich dies hin und wieder bedauerte. Fast könnte man sagen, Holmes fehlte mir, zumindest gelegentlich. Daher raffte ich mich im September schließlich auf und vereinbarte mit ihm, auf eine Tasse Tee vorbeizukommen. Als ich die Wohnung in der Baker Street betrat, schien alles weitgehend unverändert. Die Dinge waren durchwegs an ihrem Platz und auch Holmes befand sich pfeiferauchend in seinem Ohrensessel, aus dem er sich zur Begrüßung erhob. Da sind sie, Herr Watson, rief er und strahlte dabei tatsächlich eine gewisse Freude aus. Wie schön, dass Sie vorbeikommen konnten. Ich hoffe, Ihre Abwesenheit von Paddington geht nicht zu Lasten Ihrer gedeihlichen Ehe oder des Wohlbefindens Ihrer Patienten. Keine Sorge, Holmes, erwiderte ich lächelnd. Ein paar Augenblicke wird man auch ohne mich überleben können. Und die Freude über unser Wiedersehen erteile ich unumwunden. Es müssen Monate seit unserer letzten Zusammenkunft vergangen sein. Holmes nickte. Genau 127 Tage, zwei Stunden und zwölf Minuten, beliebte er zu präzisieren. Ich war mir nicht sicher, ob diese Angabe ein Scherz sein sollte, beschloss aber, sie für bare Münze zu nehmen. Nun, das ist in der Tat eine lange Zeit, stellte ich nüchtern fest. Wie ich auch ohne eine gründliche Untersuchung attestieren kann, haben Sie diese selbst ohne die Anwesenheit eines persönlichen Leibarztes bei bester Gesundheit überstanden. Aber nicht doch, Watson, entgegnete Holmes, während er mir eine Tasse Tee einschenkte und ich mich auf dem Sessel ihm gegenüber platzierte. Ihre Fähigkeiten gehen weit über die eines Mediziners hinaus. Ihr Beitrag zur Lösung einer ganzen Reihe von Rätseln in den vergangenen Jahren lässt die Behauptung zu, dass aus Ihnen auch ein fähiger Ermittler in Kriminalangelegenheiten geworden ist. Danke, sagte ich geschmeichelt und musste das Kompliment irgendwie kompensieren. In ihrer Nähe und unter ihrer Anleitung würde wohl auch das dümmste Rindvieh zum passablen Detektiv. Mir wurde sofort bewusst, dass ich mir gerade ins eigene Knie geschossen hatte, doch Holmes war so gnädig, die Bemerkung mit einem Schmunzeln zu übergehen. Er brachte das Gespräch zunächst auf meine Gattin und informierte sich über unseren gemeinsamen Haushalt. Dann ließ er sich zwei, drei interessante medizinische Probleme schildern, mit denen ich zuletzt in meiner Praxis zu tun gehabt hatte. Tatsächlich nahm er offenbar einen gewissen Anteil an meinem Leben, was mich vermuten ließ, dass es ihm durchaus nicht leicht fiel, auf meine permanente Gegenwart und enge Freundschaft zu verzichten. Umgekehrt erläuterte er mir die eine oder andere Facette seiner jüngsten Fälle, von denen ich nur oberflächlich gehört hatte. Wir standen im besten Einvernehmen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Wer mag das sein? fragte ich und wollte mich aus wiedergewonnener Gewohnheit bereits erheben, um den potenziellen Gast hereinzulassen. Bemühen Sie sich nicht, erwiderte Holmes mit einer abwehrenden Handbewegung, um dann in Richtung Tür zu rufen. Es ist offen, nur immer herein, Inspektor. Tatsächlich kam im nächsten Augenblick Inspektor Lestrade durch die Tür, unser geschätzter Kollege von Scotland Yard. Ohne ein Wort der Begrüßung zu verlieren, meinte er misstrauisch. Woher wussten Sie, dass ich es bin, Holmes? Es freut mich auch, Sie zu sehen, antwortete Holmes. Und selbiges kann ich gewiss ebenso von Dr. Watson behaupten. Lestrade bemerkte erst jetzt, dass Holmes nicht allein war und nickte mir höflich zu. Oh, guten Tag, Doktor. Unserem gemeinsamen Freund fehlt doch nichts. Er ist bei bester Gesundheit, versicherte ich rasch. Doch ich bin nicht aus beruflichen Gründen hier ganz im Gegensatz zu Ihnen, wie ich vermute. Sie vermuten richtig, warf Holmes ein, bevor der Inspektor sich dazu äußern konnte. Den markanten, unnachahmlichen Klang des Schrittes und der Stiefel von Lestrade habe ich gleich erkannt. Allerdings konnte ich auch bemerken, dass die Trittfolge über die Stufen beschleunigt war, was den Schluss zulässt, dass eine dringliche Angelegenheit vorliegt, in der Scotland Yard um Unterstützung meinerseits ersucht. Wie üblich ist dies korrekt, bestätigte der Inspektor, der nun seinen Hut abnahm und sich ungefragt zu uns setzte. Wir befinden uns tatsächlich in einer prekären Lage. Ihre Mitarbeit in unserem aktuellen Fall wurde von höchster Stelle verlangt. Von höchster Stelle? wiederholte ich skeptisch. Salisbury, erklärte Lestrade knapp, womit er den abtierenden Premierminister Robert Gascoigne Cecil den dritten Marcus von Salisbury meinte. Sie können sich also vorstellen, dass es sich um eine Sache von größter Wichtigkeit handelt, die auch internationale Probleme mit sich bringen könnte. Das Interesse von Holmes war allemal geweckt. Nun gut, meinte er mit einem beinahe übermotivierten Händeklatschen. Dann legen Sie doch die Fakten einmal auf den Tisch. Was ist es denn, was in der Downing Street für Unruhe sorgt? Der Inspektor wischte sich mit einem Taschentuch über die schwitzende Stirn und erklärte, Es geht um eine vermisste Person, der bewusste Knabe oder junge Mann ist gestern im Zuge einer schulischen Exkursion verschwunden. Ein abgängiger Schuljunge, fragte Holmes. Das scheint mir noch kein allzu weitreichender Fall zu sein. Ist denn überhaupt gewiß, ob der Vermisste selbst runtergetaucht ist, entführt oder Opfer eines anderen Verbrechens würde? Es muss sich zudem schon um einen recht bedeutsamen Burschen handeln, wenn der Premierminister in die Ermittlungen involviert ist. Meine Güte, warf ich ein, es geht doch nicht schon wieder um den jungen Winnie Churchill. Der Bengel bereitet Lord Randolph nichts als Ärger. Nein, nein, erwiderte Lestrade, Es handelt sich nicht um Lord Randolphs missratenen Sohn. Die vermisste Person ist vielmehr der Prinz von... Der Prinz von Wales. Unterbrach ich den Inspektor sofort. Das ist ja furchtbar. Holmes schüttelte den Kopf. Reden Sie keinen Unsinn, Watson, ermahnte er mich. Kronprinz Albert Edward ist gewiss in Sicherheit. Zudem darf ich anmerken, dass der kleine Bertie bereits 50 Jahre alt ist und wohl nicht mehr an Schulausflügen teilnimmt, um auf solchen verloren zu gehen. Mir wurde mein gedanklicher Fauxpas bewusst und ich entschuldigte mich. Verzeihen Sie meine vorschnelle Aufregung. Nur zu, Inspektor. Fahren Sie bitte fort. Lestrade nahm seinen Faden wieder auf und verkündete, Die vermisste Person ist Yona Kuhio Kalanjanaole, Prinz von Hawaii. Von Hawaii? wiederholte ich. Ganz recht, bestätigte der Inspektor. Hawaii, eine Inselgruppe inmitten des Pazifischen Ozeans. Die polynesischen Eingeborenen sind ein resolutes Volk. Als James Cook dort mit der HMS Resolution anlegte, wurde er erschlagen. Die Hawaiianer haben ihre Unabhängigkeit behauptet und unterhalten ein eigenes Königreich. Es regiert gegenwärtig König Kalakaua. Im Sinne der Modernisierung des Landes hat er einige aristokratische Jünglinge auf amerikanische und europäische Schulen und Universitäten geschickt, damit sie eine entsprechende Ausbildung für zukünftige Regierungsämter erhalten. So auch den nun vermissten Yona Kuhio Kalanjanaole, vermutete Holmes. Der Inspektor nickte. Yona ist der 19-jährige Neffe und Adoptivsohn von Kalakaua. Vor sechs Jahren wurde er zum Prinzen ernannt, erhielt eine natürlich nur formale Position im Innenministerium und gilt nun als einer der möglichen Thronanwärter nach dem Tod des aktuellen Monarchen. Er besucht seit Semesterbeginn das königliche Landwirtschaftskolleg in Sirencester, etwa 80 Meilen westlich von London. Ich verstehe, meinte Holmes. Natürlich wäre es überaus unerfreulich und Anlass für politische und diplomatische Verstimmungen, wenn der potenzielle hawaiianische Thronfolger während seines Studiums in England zu Schaden käme. Freilich wäre es auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für die britische Regierung, die für die Sicherheit solch wichtiger Gäste garantieren muss. Und hier komme also ich ins Spiel, nicht wahr? Ich beschwöre Sie, Holmes, erwiderte Lestrade beinahe flehendlich. Wir müssen diesen Jungen finden. Für Diplomatie interessiere ich mich nicht, aber wenn wir nicht erfolgreich sind, dann stehe ich vor dem Ende meiner Polizeikarriere. Wie mir zu verstehen gegeben wurde. Das wäre allerdings höchst bedauerlich, behauptete Holmes, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie sind zweifellos ein einzigartiger Ermittler, dessen Arbeit recht lehrreiche Aspekte impliziert. Ich würde Sie vermissen. Daher verspreche ich Ihnen in diesem Fall nicht nur tätig zu werden, sondern ihn auch zu lösen. Vielen Dank, murmelte der Inspektor ein wenig verschämt. Ich weiß Ihre Anteilnahme und Unterstützung zu schätzen. Holmes wandte sich unvermittelt an mich und fragte, Wie sieht es mit Ihnen aus, alter Freund? Bereit für ein kleines Abenteuer? Ich zögerte zwei, drei Sekunden, doch schließlich konnte ich nicht widerstehen. Ich bin dabei, verkündete ich und wusste gleichzeitig, dass Mary von dieser Entscheidung nicht allzu angetan sein würde. Wiederum klatschte Holmes übermütig in die Hände und rief, Also dann, meine Herren, suchen und finden wir den hawaiianischen Prinzen, bevor sein Onkel, der König, von der ganzen Sache erfährt. Es war kein weiter Weg in das Langham Hotel, am gleichnamigen Platz, das uns bereits aus anderen Fällen bekannt war. Hier waren die Exkursionsteilnehmer aus Sirencester während ihres Aufenthalts in London abgestiegen, und hier war der abgängige Prinz von Hawaii zuletzt gesehen worden. Es handelte sich um eine gehobene Unterkunft, was damit zu tun hatte, dass die teilnehmenden Studenten des Königlichen Landwirtschaftskollegs durchwegs höheren Ständen angehörten. Die Studenten waren nach dem Verschwinden von Jona angewiesen worden, auf ihren Zimmern zu bleiben und für Ermittlungen als potenzielle Zeugen bereit zu stehen. Der Exkursionsleiter, Melvin Welles, hatte der Polizei ebenfalls volle Kooperation zugesagt und empfing uns im Büro des Hotelmanagers James Sanderson, das dieser für ungestörte Befragungen zur Verfügung gestellt hatte. Welles, ein älterer Herr mit professoralem Erscheinungsbild, war offenkundig am Boden zerstört, angesichts des Vorfalls. Doch das Erscheinen des berühmten Detektivs, Sherlock Holmes, gab ihm neue Hoffnung. »Es ist eine Katastrophe«, jammerte er. »Das hawaiianische Königshaus vertraut uns Ihre Prinzen an, und wir verlieren Sie. Welch eine Blamage, welch eine Tragödie. Mr. Holmes, Sie sind meine einzige Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der Angelegenheit.« »Ich kann Ihnen auch namens der Londoner Polizei versichern«, erwiderte Holmes mit einem Seitenblick auf Lestrade, »dass wir unser Möglichstes tun werden. Wenn Sie gestatten, so sammeln wir zunächst die vorliegenden Fakten, um ein ausreichendes Bild der Ereignisse rekonstruieren zu können. »Selbstverständlich«, antwortete Wallis. »Bitte, stellen Sie nur Ihre Fragen.« »Danke«, sagte Holmes, der mit einem Lächeln Zuversicht ausstrahlen wollte. »Nun, zuerst würde es mich interessieren, welchen Zweck diese auswärtige Unternehmung Ihrer Klasse verfolgt. Was genau führte Sie nach London?« »Es handelt sich um ein Standardprogramm für unsere prominenteren Studenten«, erklärte Wallis. »Wir haben zunächst gestern die königlichen Gärten von Kew besucht. Für heute wäre ein Zusammentreffen mit Landwirtschaftsminister Henry Chaplin vorgesehen gewesen, dieses haben wir nun aber abgesagt. Die verbliebenen neun Studenten sind natürlich ebenfalls in Unruhe versetzt worden.« »Ich verstehe«, meinte Holmes, »wie darf ich denn die Bezeichnung »prominent« verstehen?« »Meine Klasse verfolgt den Zweck einer tieferen agrarwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ausbildung für künftige politische Entscheidungsträger.« Erläuterte der Exkursionsleiter. »Es handelt sich durchwegs um junge Männer des gehobenen Standes. Fünf entstammen dem englischen Adel. Einer ist ein Sohn des Maharajas von Gondal in Indien. Einer ist ein Welfenprinz aus Braunschweig, einer der Erbe eines ansehnlichen Großgrundbesitzes in Virginia. Und dann eben die beiden hawaiianischen Prinzen.« »Ach, es sind zwei hawaiianische Prinzen«, warf ich ein. »Ganz recht«, bestätigte Wallis. »Neben dem verschwundenen Jona ist auch dessen älterer Bruder, David Kavananakua, in meinem Kurs eingeschrieben. Wenigstens ist ihm nichts geschehen.« »Das wird für König Kalakaua gewiß so tröstlich sein«, murmelte ich und ärmtete einen strafenden Blick von Lestrade. »Wir werden mit David später sprechen müssen«, stellte Holmes fest. »Schildern Sie mir nun bitte, wie das Verschwinden von Jona für Sie abgelaufen ist.« »Wir haben es erst heute Morgen bemerkt«, berichtete der Professor. »Als er nicht zum Frühstück erschienen ist, daher habe ich selbst nachgesehen, gemeinsam mit Mr. Sanders von der Hotelleitung. »Sein Zimmer war leer. Daraufhin habe ich umgehend die Polizei verständigt und das Landwirtschaftsministerium als unsere übergeordnete Behörde.« »Gestern Abend gab es keinerlei Auffälligkeiten«, fragte Holmes nach. »Wellis überlegte kurz und antwortete dann.« »Nein, in keiner Weise. Alle Studenten sind in ihren Einzelzimmern pünktlich der Nachtruhe nachgekommen. Als ich gegen elf Uhr ebenfalls zu Bett ging, war kein Laut mehr zu hören. Das gilt auch für die Nacht. Alles war friedlich.« »Und doch ist Jona im Laufe der Nacht aus seinem Zimmer verschwunden«, konstatierte Holmes nachdenklich. »Wir müssen klären, ob dies aus freien Stücken geschah oder unfreiwillig. Was können Sie mir über Jona und seine Persönlichkeit sagen?« Der Exkursionsleiter hob die Hände und erwiderte, »Nur Positives.« »Er ist ein fleißiger Student, intelligent, mit einer raschen Auffassungsgabe. Ich erwarte mir beste Noten in den Klausuren. Daneben ist er auch ein beachtlicher Sportsmann, ein hausdauernder Radfahrer sowie ein wertvolles Mitglied unserer Fußballmannschaft. Außerdem dürfte er wohl der erste Mensch sein, der an den Küsten der britischen Inseln dem Surfen nachgegangen ist. »Surfen«, wiederholte Holmes mit fragendem Blick. »Was ist das?« »Ein Zeitvertreib, dem auf Hawaii anscheinend viele junge Leute nachgehen,« erklärte Welles. »Man kann es auch als Wellenreiten beschreiben. Auf einem schwimmfähigen, tendenziell ovalen Brett paddelt man hinaus auf das Meer und wartet auf größere Wellen, denen man sich dann anschließt. Unterhalb des Wellenkammes lässt man sich auf dem Brett zurück in Richtung Ufer antreiben und dies in aufrecht stehender Position, zumindest so lange, bis die Welle bricht. Dabei entfalten die Hawaiianer erstaunliches Geschick. Sie können auf den Wellen sogar manövrieren, allein durch Gewichtsverlagerung und Fußbewegungen. »Ich habe es selbst gesehen, am Strand von Bridlington, wo es David und Jona vorführten.« »Ebenso bemerkenswert wie merkwürdig«, attestierte Holmes mit einem Kopfschütteln. »Ich nehme allerdings nicht an, dass dies unseren Fall unmittelbar berührt.« »Aber vielleicht indirekt«, meinte Lestrade, »der sich bislang mit Wortmeldungen zurückgehalten hatte.« »Die Tatsache, dass Jona ein athletischer junger Mann ist, spricht vielleicht gegen eine Entführung, denn es wäre nicht leicht gewesen, ihn zu überwältigen.« Holmes widersprach. »Mit vorgehaltener Waffe können Sie den stärksten Mann der Welt überwältigen. Wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen.« »Das ist aber nicht alles«, entgegnete der Inspektor. »Hinzu kommt, dass uns die inhaltlichen Anhaltspunkte für ein Verbrechen fehlen. Es ist beispielsweise keine Lösegeldforderung eingegangen.« »Noch nicht«, korrigierte mein Freund. »Zudem steht nicht jede Geiselnahme mit dem Wunsch eines finanziellen Vorteils in Verbindung. Sie dürfen nicht vergessen, dass es sich um einen Kronprinzen handelt, der auch politische Relevanz hat.« »Wir werden nun das Zimmer von Jona in Augenschein nehmen müssen. Vielleicht erbringt dies den einen oder anderen Hinweis.« Dann wandte er sich nochmals an Welles. »Ich danke vorerst für Ihre Zeit. Würden Sie es bitte noch veranlassen, dass David ebenfalls im Zimmer seines verlorenen Bruders erscheint?« »Natürlich, Mr. Holmes«, antwortete der Professor. »Ich werde es sofort in die Wege leiten.« Die Unterkunft des verschwundenen Prinzen befand sich in der dritten Etage des Hotels. Die Tür wurde von einem uniformierten Polizisten bewacht, den Lestrade abgestellt hatte. Wir traten ein, und ich konnte für meinen Teil zunächst nichts Außergewöhnliches erkennen, ein modernes und komfortables Zimmer, allerdings nicht allzu geräumig, ein Bett, Schränke, ein Tisch mit einem Stuhl sowie eine Waschecke. Holmes verfügte freilich über ein geschultes Auge für wichtige Details. »Das Bett ist nicht gemacht,« stellte er sofort fest. Daraus folgt die begründete Annahme, dass Jonah es in der vergangenen Nacht benutzt hat, also geschlafen hat. Dies wiederum führt zu der Vermutung, dass er diesen Raum nicht freiwillig verlassen hat. »Die zerwühlten Laken könnten auch ein Ablenkungsmanöver sein,« entgegnete Lestrade. »Gewiss,« meinte Holmes, »aber werfen Sie doch auch einen Blick auf die vorhandene Garderobe. Straßenkleidung, Schuhe, Mantel, alles vorhanden. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass der junge Mann im Nachthemd davon geschlichen und momentan in London unterwegs ist? Nein, was wir hier haben, sind klare Indizien für das gewaltsame Handeln zumindest einer weiteren Person, die Jonah gegen dessen Willen mitgenommen hat.« »Also doch eine Entführung,« konstatierte ich, »wenn gleich es hier keine Anzeichen einer Auseinandersetzung gibt.« »Ich habe es befürchtet,« jammerte Lestrade, der sich den präsentierten Fakten nun nicht mehr verschließen konnte. »Lieber wäre mir gewesen, wir hätten es lediglich mit dem unbedachten Agieren eines Abenteuerlustigen, leichtsinnigen Knaben zu tun gehabt. Nun ist es also wirklich ein Verbrechen.« »Dafür lohnt sich die Ermittlung um so mehr,« behauptete Holmes in einem untauglichen Versuch, den Inspektor aufzumuntern. Denn nun steht mutmaßlich Jonas' Leben auf dem Spiel. Lestrade verdrehte die Augen. »Schön, dass Sie eine standesgemäße Herausforderung gefunden haben.« stöhnte er, »aber dann bitte ich Sie, lösen Sie den Fall auch so rasch wie möglich.« Tatsächlich war Holmes schon wieder einen Schritt weiter. Er deutete auf einen Haken neben der Tür, an dem ein Schlüssel hing. »Ist das der Zimmerschlüssel?«, fragte er rein rhetorisch, nahm ihn und steckte ihn in das Schloss. Er passte. »Was hat das zu bedeuten?«, wollte ich wissen. »Im Gesamtkontext kann ich das noch nicht sagen,« erwiderte Holmes. »Aber zunächst bedeutet dies, dass Jona vor dem Schlafengehen sein Zimmer wohl versperrt hatte. Die Tür ist jedoch unbeschädigt. Der Eindringling hat sie nicht aufgebrochen. Dafür kann es zwei Möglichkeiten geben. Entweder Jona hat seinem Entführer selbst geöffnet, oder der Täter verfügte ebenfalls über einen Schlüssel zu diesem Zimmer.« Holmes' Gedankengang wurde durch das Eintreffen von Wallace und David unterbrochen. »Wir stören doch nicht,« versicherte sich der Professor, als er unvermittelt direkt vor Holmes stand, der immer noch den Schlüssel in der Hand hielt. »Nein, nein, nur herein,« sagte Holmes, während er zur Seite trat und den Schlüssel zurück an den Haken hängte. »Nun, dies ist David, der Bruder von Jona,« stellte Wallace uns den zweiten hawaiianischen Prinzen vor, der zwar eindeutig polynesischer Herkunft war, aber in einem englischen Anzug steckte. Holmes deutete eine leichte Verbeugung an und verkündete, »Es ist uns eine Ehre, königliche Hoheit.« Der junge Mann streckte meinem Freund jedoch die Hand entgegen und meinte, »Einfach nur David, das reicht vollkommen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Mr. Holmes. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe einige der Fallberichte von Dr. Watson gelesen, und daher hege ich auch keinen Zweifel, dass Sie meinen Bruder finden werden. Holmes ergriff nach kurzem Zögern die Hand des Prinzen und schüttelte sie. »Danke für Ihr Vertrauen, David,« erwiderte er. »Ich werde es nicht enttäuschen.« »Sie müssen wissen,« fügte der Prinz hinzu, »ich mache mir große Sorgen wegen Jona und auch Vorwürfe. Schließlich bin ich der Ältere. Ich hätte besser auf ihn Acht geben müssen, zumal hier, so weit entfernt von der Heimat.« »Sie trifft gewiss keine Schuld,« entgegnete Holmes. »Es ist immer noch die Aufgabe der britischen Behörden, für die Sicherheit der Menschen in diesem Land zu sorgen. gehe ich also recht in der Annahme, dass Sie und Ihr Bruder ein enges Verhältnis pflegten?« »Natürlich,« bestätigte David, »wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe Verantwortung übernommen, nachdem unser leiblicher Vater gestorben ist. Später wurden wir von unserem Onkel gemeinsam auf amerikanische Schulen und europäische Internate geschickt. Ich kann mit vollem Herzen sagen, ich habe auf der Welt keinen besseren Freund als Jona.« »Das mag schon sein,« mischte sich nun Lestrade ein. »Aber trifft es nicht eben so zu, dass Sie und Jona Konkurrenten sind? Ich habe mich kundig gemacht über die hawaiianische Thronfolge. Sie ist nicht eindeutig geregelt, sondern der König ernennt zu Lebzeiten seinen Nachfolger, den er aus dem Kreis seiner Familie erwählt.« »Was wollen Sie damit sagen?« fragte David unsicher. »Kann es nicht sein,« setzte der Inspektor spekulativ fort, »dass der König Jona Ihnen gegenüber bevorzugte, womöglich auch bei der Bestimmung des Thronfolgers. Stand Ihnen Jona vielleicht im Wege?« Für einen Augenblick befürchtete ich, dass Prinz David auf diese Provokation entsprechend reagieren würde. Doch der junge Mann war weitaus diplomatischer als Lestrade. »Sie irren sich,« stellte er in ruhigem und freundlichem Ton fest. »Ich kann versichern, dass ich mit dem Verschwinden meines Bruders absolut nichts zu tun habe. Daher ersuche ich Sie, eine lohnendere Spur zu verfolgen.« Damit übernahm wieder Holmes die Befragung. »Kennen Sie denn eine? Haben Sie eine Idee, wer Ihrem Bruder etwas antun wollte und aus welchem Grund?« David schüttelte den Kopf. »Es ist mir ein Rätsel,« antwortete er. »Natürlich, in Bezug auf das Königreich Hawaii sind wir beide Personen von öffentlichem Interesse, aber hier in England?« »Die meisten Menschen wissen vermutlich nicht einmal, wo Hawaii liegt. Unser Onkel hat uns sogar angeboten, Angehörige seiner Leibgarde zu unserem Schutz mitzunehmen, doch Jona und ich hielten das nicht für notwendig und für völlig übertrieben. Offenbar haben wir uns getäuscht. Und Jona als Person ist ein herzensguter Mensch. Niemals hat er jemandem Anlass für Gräuel gegen ihn gegeben. »Das kann ich nur bestätigen,« fügte Professor Wallace hinzu. »Es gab nicht den kleinsten Streit in der Studentenschaft, in den Jona verwickelt gewesen wäre. Alle haben ihn respektiert.« »Dem unerfindlichen Motiv werden wir uns wohl später widmen müssen,« attestierte Lestrade. »Diesbezüglich haben Sie recht. Stimmte Holmes sofort zu. Insofern bleiben wir doch lieber bei den gesicherten Vorgängen. Sagen Sie mir doch, David, wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen?« Ohne lange nachzudenken, antwortete der Prinz. »Das muss gegen zehn Uhr gewesen sein, als wir alle auf unsere Zimmer gegangen sind. Ich bin früh eingeschlafen. Es war gestern ein anstrengender Tag.« »Sie haben nichts Ungewöhnliches bemerkt oder gehört während der Nacht?« hakte Holmes nach. »Nein, nichts«, versicherte David. »Mein Schlaf war tief und fest. Ich bin erst am Morgen erwacht, etwas vor sieben Uhr. Um halb acht war ich beim Frühstück. Als Jona nicht erschienen ist, habe ich Mr. Wallace informiert, denn ein solches zu spät kommen oder fern bleiben entspricht nicht seinem Verhalten.« »Und wir konnten nur noch feststellen,« ergänzte der Professor, »dass Jona nicht auf seinem Zimmer ist.« »Mit wir meinen Sie sich selbst und Mr. Sanderson von der Hotelleitung, nicht wahr?« vermutete Holmes. »So ist es,« bestätigte Wallace mit einem Kopfnicken. Holmes blickte zunächst mich und dann Lestrade an. »Wir werden als nächstes mit Mr. Sanderson sprechen,« verkündete er, bevor er sich doch nochmals an den Professor wandte. »Eine Frage habe ich noch. War die Tür verschlossen, als Sie und Sanderson zu Jona's Zimmer kamen?« »Ja, das war sie,« erwiderte Wallace. »Daher gingen wir auch zunächst davon aus, dass Jona lediglich verschlafen hätte. Erst als nach mehrmaligem, auch heftigem Klopfen keine Reaktion erfolgte, ging ich hinein, um nach dem Rechten zu sehen.« »Mit Mr. Sanderson's Generalschlüssel, nehme ich an?« meinte Holmes. »Natürlich, es handelte sich ja um einen Notfall,« antwortete der Professor. »Schließlich mußten wir mit einer schweren Erkrankung, Jonas, oder Ähnlichem, rechnen. In einem solchen Fall erscheint die Störung der Privatsphäre von Hotelgästen, durchaus angebracht. »Mr. Sanderson war jedoch so zurückhaltend, dass er am Gang gewartet hat. Ich bin allein in das Zimmer gegangen, um nachzusehen.« »Zweifellos haben Sie richtig gehandelt,« stimmte Holmes zu. Die Überraschung war aber um so größer, als der Raum entgegen jeder Erwartung leer war. Welles nickte. »Ja, das können Sie laut sagen, Mr. Holmes. Als ich wieder herauskam und Mr. Sanderson von der Abwesenheit Davids berichtete, sind wir selbstverständlich sofort übereingekommen, dass es notwendig sei, die Polizei zu verständigen. Mein Freund drehte sich einmal langsam im Kreis, um die beiden Zeugen dann zu verabschieden. »Vielen Dank, meine Herren. Einstweilen weiß ich alles, was ich wissen muß. Sollte es noch Fragen oder bereits Ergebnisse geben, so werde ich sie beide umgehend in Kenntnis setzen.« Nachdem Welles und Prinz David gegangen waren, verblieben Holmes, Lestrade und ich noch kurz im Zimmer des mutmaßlich entführten Jonah. Lestrade war voller Ungeduld. »Nun, Holmes,« begann er, »was haben wir vorzuweisen? Wir können nun einigermaßen sicher sein, dass es sich um eine Entführung handelt, doch von einer Spur kann nicht die Rede sein. Ich mache mir langsam ernsthafte Sorgen um meine Position und natürlich auch um Prinz Jonah. Ich meine, vor allem um Jonah.« »Keine Angst, Inspektor«, entgegnete Holmes. »Ich verstehe Ihre Sorgen, betrachte sie jedoch als unbegründet. Wir werden das Opfer schon finden.« »Wenn es dann nicht zu spät ist,« jammerte Lestrade. »Mit der Leiche des Prinzen werde ich bei Salisbury wenig Eindruck machen.« Mein Freund überging die Tatsache, dass es dem Inspektor an Feingefühl mangelte und erklärte, »Hätte Jonah ermordet werden sollen, dann wäre das schon geschehen. In diesem Fall hätten wir den leblosen Körper schlicht und ergreifend im Bett vorgefunden. Für den oder die Entführer ist Jonah wertvoller, wenn er am Leben ist.« »Hoffentlich wissen das auch die Entführer,« murmelte Lestrade, während wir das Zimmer verließen, um James Sanderson aufzusuchen. Der Geschäftsführer des Langham Hotels bat uns nochmals in sein Büro im Erdgeschoss, in dem wir zuvor schon mit Wallace gesprochen hatten. Man bemerkte gleich, dass der etwas ältere Herr mit Spitzbart kein Engländer war. Sein nordamerikanischer Akzent war unverkennbar. Selbiges galt für sein militärisch angehauchtes Gehabe. Als ich ihn auf seine Herkunft ansprach, erwiderte er, »Es stimmt, Dr. Watson. Ich bin vor 20 Jahren aus den Vereinigten Staaten nach London gekommen, um hier im Langham die Funktion des Hauptgeschäftsführers zu übernehmen. Und ich darf sagen, mit Erfolg. Es war mir möglich, eine Vielzahl meiner reisenden Landsleute als Gäste anzulocken. Unser Hotel ist jenseits des Atlantiks wohl bekannt. Sogar Mark Twain und Hattie Green sind hier schon abgestiegen. Überaus beeindruckend, attestierte ich anerkennend. Und war Ihnen bei der Leitung des Hotels auch Ihre militärische Erfahrung dienlich? Sanderson lachte. »Ich muss gestehen«, antwortete er. »Manchmal muss man seinem Personal soldatische Disziplin abverlangen. Ich selbst versah meinen Dienst als Offizier der Unionsarmee im Bürgerkrieg. Darf ich davon ausgehen, dass Ihr geschulter Blick ebenfalls auf praktischer Erfahrung beruht?« »Sie dürfen«, bestätigte ich. »Ich habe im Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg in der britischen Armee gedient. Während der Schlacht von Maiwand war ich dem Berkscher Regiment zugewiesen.« »Das ist bedauerlich«, stellte Sanderson fest. »Diese tapfere Truppe wurde aufgerieben wie die spartanischen Hopliten bei den Thermopylen. Sie hatten Glück, dass sie überlebten. Wie ich sehe, plagt sie jedoch noch ihre alte Verwundung, nicht wahr? Aber genug davon, meine Herren. Sie sind hier, um den verschwundenen hawaiianischen Jungen zu finden. Gibt es denn schon Fortschritte?« »Die Ermittlungen laufen«, berichtete Holmes, »und wir müssen nun von einer Entführung ausgehen.« »Eine Entführung«, wiederholte Sanderson irritiert. »Wenn das wahr ist, stärkt das Nichtgerande die Reputation unseres Hauses. Natürlich werde ich alles tun, um zur raschen Aufklärung beizutragen. Wie kann ich helfen?« »Uns interessiert nun«, erklärte Holmes, »wie die Entführung vonstatten ging. Daher würde ich mit Ihnen gerne besprechen, wie die Umstände zum Tatzeitpunkt ausgesehen haben.« »Können Sie den fraglichen Zeitraum eingrenzen?« fragte der Geschäftsführer. »Das ist nur weiträumig möglich«, musste mein Freund eingestehen. »Wir wissen, wann das Opfer in seinem Zimmer zu Bett gegangen ist und wann es nicht zum Frühstück erschienen ist. Allerdings waren die Entführer gewisse auf möglichst geringe Aufmerksamkeit bedacht, um keine Zeugen zu haben, weshalb mit einer Tatzeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens zu rechnen ist.« »Ich verstehe«, meinte Sanderson nachdenklich, »und Sie wollen wissen, ob innerhalb dieses zeitlichen Rahmens Auffälligkeiten zu vermerken waren?« »So ist es«, bestätigte Holmes. »Die Täter müssten als hotelfremde Personen etwa beim Portier oder an der Rezeption aufgefallen sein, als Sie mitten in der Nacht ans Werk gingen. Mehr noch müsste das der Fall gewesen sein, als Sie, in unfreiwilliger Begleitung Ihres hawaiianischen Entführungsopfers, das Hotel wieder verließen.« »Da haben Sie natürlich völlig recht«, »erwiderte Sanderson.« »Als militärisch erfahrener Mann hatte ich denselben Gedanken. Daher habe ich das Nachtpersonal bereits befragt. Leider erbrachte dies kein Ergebnis. Man versicherte mir, dass niemand das Hotel betreten oder verlassen hat, insbesondere nicht Prinz Jonah. Wie Sie sich vorstellen können, wäre es meinen Angestellten kaum entgangen, wenn ein Hawaiianer im Schlafgewand durch die Lobby marschiert.« »Daran besteht wohl kein Zweifel«, stimmte Holmes zu. »Kommen wir nun zu den Ereignissen von heute Morgen. Wie hat sich der Verlauf für Sie dargestellt?« Sanderson überlegte nicht lange, dann begann er mit seiner Schilderung. »Es muss beinahe acht Uhr gewesen sein, als mich Professor Wallace aufsuchte. Er war sichtlich nervös und teilte mir mit, dass einer seiner Studenten nicht zum Frühstück erschienen sei. Ich bemühte mich, den armen Mann zu beruhigen. Es konnte ja einen ganz banalen, harmlosen Grund geben. Gemeinsam begaben wir uns in die dritte Etage. Wir klopften mehrmals an die Tür, doch von drinnen war nichts zu hören. Schließlich bat mich Mr. Wallace, mit dem Generalschlüssel aufzusperren. Diesem Ersuchen kam ich natürlich nach, denn es war potenziell Gefahr in Verzug. Der Professor ging hinein, während ich vor der Türe wartete. Als er zurückkehrte, setzte er mich über die Situation in Kenntnis. Wir beschlossen, die Polizei zu rufen. Danach warteten wir in der Lobby auf deren Eintreffen. Die Beamten sicherten den mutmaßlichen Tatort und sperrten die dritte Etage, in der die Studenten untergebracht sind. Vielen Dank, Mr. Sanderson, sagte Holmes. Diese ausführliche Darstellung der Ereignisse war überaus nützlich. Es freut mich, wenn ich helfen konnte, behauptete der Amerikaner. Und selbstverständlich stehe ich auch für weitere Fragen zur Verfügung. Das ist sehr entgegenkommend, entgegnete Holmes. Aber eigentlich habe ich nur noch eine einzige Frage an Sie. Bitte, dann stellen Sie sie, forderte Sanderson lächelnd. Sie wird Ihnen aber nicht gefallen, kündigte mein Freund auf kryptische Weise an. Die ganze Causa ist bereits jetzt äußerst unangenehm für meine geschäftliche Tätigkeit, erwiderte der Geschäftsführer scheinbar gelassen. Also keine Sorge, fragen Sie nur. Wie Sie wollen, meinte Holmes. Also bitte sagen Sie mir eines. Wo befindet sich Prinz Yona Kuhio Kalanjanaole? Sanderson machte ein verdutztes Gesicht und stotterte. Bitte wie? Wie meinen Sie das? Holmes blickte kurz Lestrade und mich an. Dann sagte er, Oh, Verzeihung. Ich dachte, meine Frage wäre klar und deutlich formuliert gewesen. Also nochmals, wo ist der entführte Prinz? Der Amerikaner zögerte, ehe er mit einem energischen Kopfschütteln verlautbarte. Keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen? Mit aller Ruhe ging Holmes einen Schritt auf sein Gegenüber zu und lieferte die Begründung. Sie wissen es, weil Sie in die Entführung involviert sind und dies nicht gerade unmaßgeblich, wie ich meine. Das ist ein Irrtum, rief Sanderson. Nein, eine Lüge, eine Frechheit. Wie kommen Sie bloß zu solch einer infamen Unterstellung? Das kann ich Ihnen gerne auseinandersetzen, erwiderte Holmes. Sie haben zwei Fehler gemacht. Erstens, Sie haben im Zuge der Entführung Jonas dessen Zimmerschlüssel zurückgelassen. Und trotzdem war die Türe in der Früh versperrt, von außen natürlich. Das bedeutet, dass die Entführer ebenfalls über einen Schlüssel verfügen mussten. Damit wurde für mich der Kreis der Verdächtigen bereits eingeschränkt und ich hatte sie im Visier. Überführt haben Sie sich selbst. Schließlich mit der Aussage, ein Hawaiianer im Nachtgewand wäre in der Hotellobby bestimmt aufgefallen. Woher wussten Sie aber, dass Jona gleich im Nachtgewand entführt wurde? Ich konnte diesen Schluss ziehen, da ich im Zimmer sein Straßengewand gesehen habe. Sie haben jedoch das Zimmer heute nicht mehr betreten. Daher müssen Sie bei der Entführung selbst zumindest anwesend gewesen sein. Das stimmt doch alles, nicht wahr? Sanderson erkannte, dass seine Beteiligung erwiesen war und knurrte. Ich sage kein Wort mehr. Das ist aber bedauerlich und unhöflich, setzte Holmes fort. Denn Sie haben meine letzte Frage noch immer nicht beantwortet, obwohl Sie dies vorab versprochen hatten. Ich wiederhole Sie gerne noch einmal. Wo ist Prinz Jona? Ich will einen Anwalt, forderte der Amerikaner trotzig. Nun trat Lestrade vor und entgegnete. Wir sind hier nicht in den Vereinigten Staaten, Mr. Sanderson. Beantworten Sie die Frage, sonst lernen Sie die ganze Härte des britischen Justizsystems kennen. Doch Sanderson schwieg. Kurz bevor der Inspektor die Geduld verlor, was ihm anzusehen war, ergriff Holmes das Wort. Ich weiß ohne dies, wo sich Jona befindet. Die gesamte Londoner Polizei würde jetzt in Bewegung versetzt werden, um die ganze Stadt nach dem hawaiianischen Prinzen zu durchsuchen. Nur an einem Ort würden Sie nicht mehr nachsehen. Hier im Hotel. Jona hat das Gebäude nie verlassen. Das wäre im Nachthemd, wie Mr. Sanderson schon andeutete, auch zu auffällig gewesen. Der Plan bestand wohl darin, die erfolglose Suche abzuwarten und erst nachdem sich die öffentliche Aufregung gelegt hätte, Jona fortzubringen. Ein Plan, der die Kollaboration des Hotelgeschäftsführers verlangte. Doch ich will Ihnen zugutehalten, Mr. Sanderson, dass es nicht Ihr Plan war. Sie wurden in die Sache lediglich hineingezogen, auf welche Weise und mit welchen Mitteln auch immer. Wenn Sie uns nun die Suche etwas erleichtern und uns einfach eine Zimmernummer nennen, dann wird Ihre Komplizenschaft vielleicht keine allzu großen strafrechtlichen Konsequenzen haben. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Sanderson bereit war, das Beste aus seiner ausweglosen Situation zu machen. Nun gut, sagte er schließlich. Ich kooperiere mit Ihnen. Alles ist so geschehen, wie es Mr. Holmes bereits umrissen hat. Ich wollte bei dieser Aktion nicht mitmachen. Ich wurde gezwungen. Zwei Amerikaner haben mich vorige Woche aufgesucht und mir den Plan unterbreitet. Ich wollte ablehnen, doch sie hatten Mittel, mich zu überreden. Nicht alles, was ich im Bürgerkrieg getan habe, war ehrenhaft, um es milde zu formulieren. Die beiden wußten davon und drohten mir mit einer Bloßstellung. Ich hätte niemals wieder in die Staaten zurückkehren können, also willigte ich ein. Woher kannten die Amerikaner die unrühmlichen Facetten ihrer militärischen Vergangenheit? Fragte Lestrade. Sanderson verkündete mit ernster Miene, weil sie vom verdammten Secret Service sind. Sie sind Geheimagenten der Regierung der Vereinigten Staaten. Ich war höchst überrascht. Die amerikanische Regierung hat Jona entführen lassen, hakte ich daher nach. Was soll denn das? Internationale Politik ist kein Kinderspiel, erwiderte Sanderson. Es ist kein allzu großes Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten nach imperialistischer Expansion streben. Dazu gehört das Ziel, die Hawaii-Inseln zu annektieren. Hierfür muß man das einheimische Herrscherhaus unter Kontrolle bringen. Prinz Jona sollte hierbei als Faustpfand dienen, mit der möglichen Perspektive ihn später als eine amerikanische Marionette wieder einzusetzen. Was für ein hinterhältiger und verabscheuungswürdiger Plan, rief ich empört. Tatsächlich, entgegnete Sanderson ruhig. Vielleicht sollten Sie sich einmal die Frage stellen, wie das britische Empire entstanden ist. Wie ist man in Indien oder in Afrika mit den lokalen Herrschern umgegangen? Da der Amerikaner durchaus einen Punkt getroffen hatte, ging ich nicht weiter darauf ein, sondern meinte nur, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir mußten den Prinzen befreien. Es ist Zimmer 621. Verriet Sanderson nun endlich. Zwei Agenten befinden sich darin. Sie haben den Hawaiianer in ihrer Gewalt. Die restliche Etage ist leer. Dann los, verlangte ich entschlossen in Richtung Holmes und Lestrade. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Warten Sie noch, hielt uns Sanderson zurück. Diese Männer sind gefährlich. Sie müssen vorsichtig sein. Ich nehme an, der Inspektor und Mr. Holmes sind bewaffnet. Zur Ausrüstung eines Arztes gehört dies jedoch nicht. Bitte, Dr. Watson. In der obersten Schublade meines Schreibtisches befindet sich mein Revolver. Nehmen Sie ihn. In diesem Moment erwies sich der frühere Nordstaatenoffizier doch noch als ehrenhafter und kameradschaftlicher Soldat, der nicht bereit war, einen anderen Kriegsveteranen schutzlos in den Kampf zu schicken. Ich nahm das Angebot dankend an und war nun umso mehr bereit, gegenüber der Staatsanwaltschaft ein gutes Wort für Sanderson einzulegen. Zunächst ließen wir den Hotelgeschäftsführer jedoch in der Obhut eines der uniformierten Kollegen von Lestrade, die seit dem Vormittag den Eingang des Gebäudes sicherten. Dann machten sich Holmes, der Inspektor und ich auf den Weg in den sechsten Stock, um die amerikanischen Agenten zu überwältigen und Jona zu befreien. Wenige Minuten später standen wir vor der Zimmertür mit der Nummer 621. Lestrade und ich hielten die Waffen im Anschlag, während Holmes mit Sandersons Generalschlüssel vorsichtig und leise aufsperrte. Dann ging alles sehr schnell. Der Inspektor sprang förmlich in den Raum und rief, »Hände hoch! Polizei!« Gleich darauf folgten ich und Holmes, der nun ebenfalls die Pistole gezogen hatte. Die beiden Männer, die am Tisch saßen, waren völlig überrascht. Ihre Revolver lagen vor ihnen und man konnte ihnen ansehen, dass sie darüber nachdachten, nach ihnen zu greifen. »Das würde ich nicht tun,« empfahl ich nachdrücklich. »Ehe sie Gelegenheit hätten, ihre Waffen auf uns zu richten, hätten wir bereits mehrmals abgedrückt.« »Hören Sie lieber auf ihn,« ergänzte Lestrade, der die beiden Amerikaner abwechselnd ins Visier nahm. »Und ich darf noch hinzufügen, dass das Hotel von der Londoner Polizei umstellt ist. Sie kommen hier nicht lebend raus, außer in meinen Handschellen.« Nach wenigen Augenblicken des Zögerns erhoben sich beide Agenten von ihren Stühlen und hielten ihre Arme in die Höhe. »Wir geben uns,« verkündete der eine. »Eine weise Entscheidung,« entgegnete der Inspektor. »Und wo ist der Prinz?« »Im Nebenraum,« antwortete der andere Amerikaner und deutete mit dem Kopf auf eine Tapetentür an der rechten Zimmerwand. Während Holmes die beiden Entführer weiter in Schach hielt und Lestrade ihnen nun tatsächlich Handschellen anlegte, war es meine Aufgabe, nach dem Opfer zu sehen. Schnellen Schrittes begab ich mich nach nebenan. Als ich eintrat, sah ich eine Person auf einem Bett liegen, die gefesselt und geknebelt war. Nicht nur das polynesische Aussehen, sondern auch das Nachthemd verdeutlichten mir, dass wir den Prinzen gefunden hatten. Er war bei Bewusstsein und ahnte noch nicht, was gerade geschah. Daher nahm ich ihm den Knebel aus dem Mund und erklärte, »Sie sind hiermit befreit. Verzeihen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, königliche Hoheit.« Der junge Mann hustete zweimal, ehe er antwortete, »Danke, aber ich bin Jona, einfach nur Jona.« Wie sich bald herausstellte, hatte der Prinz von Hawaii keine gesundheitlichen Schäden davon getragen. Während die Amerikaner ins Polizeigefängnis überstellt wurden, nahm Lestrade mit Jona dessen Protokoll der Ereignisse auf. Dessen Bruder David und Professor Wallace waren überglücklich, daß die ganze Sache nun einen positiven Ausgang genommen hatte. Selbiges galt vermutlich für Premierminister Salisbury. Die Landwirtschaftsstudenten würden noch über Nacht in London bleiben und am nächsten Tag nach Sirencester zurückkehren. Auch die beiden Hawaiianer waren fest entschlossen, ihre Ausbildung in England fortzusetzen. Holmes und ich machten uns zu Fuß auf den Weg in Richtung unserer jeweiligen Wohnungen, der zunächst parallel verlief. Dies bot uns die Gelegenheit, den Tag und den Fall nochmals einzuschätzen. »So geht es also aus,« scherzte ich, wenn man bei ihnen eine einfache Einladung zum Tee annimmt. Unversehens landet man in einem komplexen Abenteuer, an deren Ende man beinahe in ein Schusswaffenduell mit amerikanischen Geheimagenten gerät. »Sie sind doch nicht unzufrieden, mein lieber Watson?« fragte Holmes. »Keineswegs«, versicherte ich. »Ich bin sehr froh, dass wir den jungen Mann befreien konnten, und es freut mich um so mehr, dass wir den imperialistischen Expansionsgelüsten der amerikanischen Regierung einen Dämpfer versetzt haben. Es sind unlautere Methoden, mit denen die Vereinigten Staaten sich die Hawaii-Inseln einverleiben wollen.« »Ich weiß nicht«, entgegnete Holmes, »wäre es denn besser, wenn die Amerikaner einfach ein paar Panzerkreuzer mit überlegener Artillerie vor die Küsten Hawaii's schicken? In der internationalen Politik regiert letztlich immer das Recht des Stärkeren oder des Rücksichtsloseren. Für Moral bleibt nur wenig Platz, und das ist allen Beteiligten bewußt, gewiß auch dem König von Hawaii. »Sie meinen«, hakte ich nach, »die Hawaiianer haben keine Chance, ihre Unabhängigkeit zu bewahren?« »Wohl kaum«, bestätigte Holmes. »Der König wird eine formelle Protestnote nach Washington schicken, denn das sind die Mittel der Diplomatie. Dieselbe Diplomatie wird dazu führen, dass die beiden amerikanischen Agenten, die Jona entführt haben, ungeschoren davon kommen. Man wird sie bald enthaften und des Landes verweisen. Mehr wird nicht passieren, denn das lassen die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten nicht zu. »Das ist unbefriedigend«, stellte ich fest. »Wir haben heute also ein Verbrechen gelöst, bei dem die Täter straflos bleiben. Das gefällt mir nicht.« »Es muß Ihnen nicht gefallen, Watson«, entgegnete Holmes. »Aber Sie sollten sich damit abfinden. Um Klausewitz abzuwandeln, die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln ist der Krieg.« »Dann bevorzuge ich die Diplomatie«, erwiderte ich rasch. »Denn ich war selbst im Krieg.« Plötzlich blieb Holmes stehen und lächelte mich schelmisch an. »Da wir schon davon sprechen, was werden Sie denn Ihrer Gattin sagen? Immerhin sind Sie wesentlich länger fortgeblieben, als angekündigt war.« Ich mußte nicht lange überlegen. Noch ganz einfach, behauptete ich. »Ich werde Ihnen die Schuld geben. Sie haben mich länger aufgehalten, mit allerlei langweiligen Anekdoten über Ihre Fälle. Dass ich zwei amerikanische Geheimagenten mitgezogener Waffe zur Strecke bringen mußte, werde ich lieber verschweigen. Holmes lachte, als wir unseren Weg wieder fortsetzten. »Eine weise Entscheidung, mein lieber Watson«, meinte er, »und überaus diplomatisch. Andernfalls dürften Sie mich wohl nie wieder besuchen.« »Bюrak«, »jdealm«, »jга», »jabares«, »jabber«,